Ist das Zahnmedizinstudium für euch wirklich das Richtige? Heute wollen wir euch ein paar Tipps geben, welche Eigenschaften ihr mitbringen solltet, um das Zahnmedizinstudium erfolgreich zu meistern. Ja, wir haben uns ungefähr fünf überlegt. Wir werden es immer so machen, dass wir immer den Tipp nennen und dann so ein bisschen erklären, was genau wir damit meinen. Hi und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Tatjana Felkner. Und mein Name ist Jöran Felkner. Und wir sind hier wieder bei uns in Leipzig. Nicht ganz in der Praxis, in unserem Studio. Aber bevor es losgeht, haben wir noch eine kleine Bitte. Wenn euch unsere Inhalte gefallen, dann klickt doch sehr gern auf Abonnieren. Und dann kommen wir direkt zur ersten Eigenschaft. Die ihr auf jeden Fall mitbringen solltet, um das Zahnmedizinstudium zu meistern. Ja, und das ist gleich auch ein ganz wieder neumodischer Begriff, nämlich das Thema Resilienz. Was verstehst du unter Resilienz? Dass man gut mit Stress umgehen kann, mit stressigen Situationen, sich dort nicht unterbuttern lässt und auch so eine gewisse Flexibilität mitbringt, würde ich sagen. Genau, also eigentlich, um es ganz umgangssprachig zu sein, ihr dürft euch nicht unterkriegen lassen. Und es wäre eher kontraproduktiv, wenn man von der Persönlichkeitsstruktur eher jemand ist, der schnell den Kopf in den Sand steckt. Und ganz schnell gestresst ist. Also ihr solltet schon, das Studium ist zeitweise super stressig. Und es ist aber alles nicht schlimm, es ist machbar. Ihr müsst nur den Stress bewältigen können. Und wenn ihr von vornherein sagt, das schaffe ich nicht, das kriege ich nicht hin und lasst euch da ganz schnell irgendwie runterziehen, das ist schon schwierig. Da müsst ihr irgendwelche Bewältigungsmaßnahmen für euch finden oder irgendeinen Weg, mit diesem Stress umgehen zu können. Weil, und das, weil viele, also wir haben das auch schon mal gelesen, da gab es, weißt du ja mal, ist das Studium denn auch zu anstrengend und alles, da gab es ja auch mal diverse Videos und alles. Aber was ich zum Beispiel sagen muss, was einen schon vorbereitet, auch später, weil, sag mal so, das Studium, wie gesagt, wir wollen das nicht zu negativ reden, aber es ist halt schon auch anstrengend. Und man muss da so eine gewisse, früher hat man gesagt, ein dickes Fell mitbringen oder eben resilient sein, weil letztlich der spätere Berufsalltag ist eben halt auch nicht, also da kann es auch immer jeden Tag anders kommen, als ihr das denkt. Das ist nicht so, dass man sich da irgendwie einen schönen Plan macht und der funktioniert dann jedes Mal so, weil wir arbeiten ja mit Menschen. Das heißt, jeder Tag ist am Ende auch irgendwo eine Überraschung. Und wenn man von der Persönlichkeitsstruktur eher so ist, dass man sehr, sehr unflexibel gedanklich ist und da sozusagen schon Schweißausbrüche bekommt, wenn man, sag ich jetzt mal, wenn nur das Restaurant verschoben wird, in das man sich verabredet hat, dann ist es, könnte es ein bisschen schwierig sein. Und wie gesagt, dieses Thema Stress abkönnen und gleichzeitig unter Stress auch noch bedachte Entscheidungen treffen, weil, wie gesagt, das wird später der Berufsalltag auch sein. Da werden Situationen kommen, die werden euch total stressen, das ist ganz normal, stressen uns auch, aber da muss man eben einen kühlen Kopf bewahren können und dann trotzdem noch eine ordentliche Entscheidung treffen, weil ihr eben für später dann Patienten, Menschen auch irgendwo eine Verantwortung tragt. Im gewissen Maß muss das noch nicht zu 100 Prozent ausgeprägt sein, wenn ihr das Studium startet, aber ihr müsst irgendwie auch wieder da die Bereitschaft haben und das Wissen, dass das irgendwie auf euch zukommen wird. Ich muss gerade daran denken, dass es den ein oder anderen Prof bei uns sogar gab, der gesagt hat, wir sind so streng hier, weil wir euch auf das Berufsleben vorbereiten wollen. Und da müsst ihr das auch abkönnen, das habe ich damals nicht verstanden. Aber so wie du sagst, auch jetzt kommen Situationen auf euch zu. Ihr arbeitet mit Patienten, mit einem Team zusammen, also mit vielen Menschen, da kommen viele Einflussfaktoren auf euch zu. Und selbst wenn ihr in, sage ich mal, einer Behandlung perfekt vorbereitet seid und von euch sozusagen alles stimmt, es gibt manchmal Dinge, die könnt ihr einfach nicht beeinflussen. Und da muss man eine Möglichkeit haben, das irgendwie für sich zu verarbeiten. Naja, und der Punkt nochmal wegen Resilienz. Ich sage mal, bei unserem Beruf ist es halt auch so, wenn ihr jetzt, und damit will ich nicht dem Bürojob schlechtreden oder so, aber in vielen Berufen ist es ja so, wenn es zu stressig ist, kann man sagen, hey Leute, stopp an der Stelle, ich bin hier raus, ich muss mal kurz, mir ist das gerade zu viel. Das kannst du halt später nicht machen. Du kannst das am Patienten nicht machen oder du machst das vielleicht zwei, dreimal, aber dann werden wahrscheinlich die Patienten nicht mehr kommen, wenn man dann in der Behandlung sagt, ist mir jetzt zu stressig, ich muss jetzt mal los. Das wird ja nicht funktionieren. Und dementsprechend, also wie gesagt, das war ja wichtig zu sagen, dass es nicht, dass der Beruf so schlimm ist oder das Studium, aber du musst halt damit irgendwie umgehen können und du musst da ein gewisses Fell haben. Und das muss man sich, entweder bringt man es schon mit oder man ist halt bereit, sich das anzueignen. Ja, sonst geht man nach Hause nach so einem Tag und ist einfach nur frustriert und zerkaut nochmal den ganzen Tag und hat einfach viel mehr Stress und deswegen, das ist schon eine wichtige Eigenschaft, die ihr mitbringen solltet. Nummer eins. Und dann würde ich sagen, Nummer zwei. Ihr solltet, und das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, ihr solltet ein Menschenfreund sein. Oder ein bisschen Empathie mitbringen. Es gibt ja viele Zahnärzte, die sind, das haben wir in einem vorherigen Video schon mal erzählt, warum wir Zahnarzt geworden sind, die einfach gern basteln. Das sind so Bastler und Brödler, die sitzen irgendwo in ihrem Keller, aber die haben mit ihrem Umfeld und ihren Mitmenschen eigentlich jetzt nichts am Hut. Aber für die Zahnmedizin ist es super wichtig, sowohl fürs Studium, als auch für den späteren Beruf, dass ihr einfach Menschen mögt. Ihr seid tagtäglich mit vielen Menschen konfrontiert, ihr seid mit deren Ängsten konfrontiert, die kommen zu euch mit einem Anliegen und für jede einzelne Person müsst ihr ein Ohr haben und zuhören, was die von euch möchten und gleichzeitig möchtet ihr vielleicht auch noch eurer Assistenz gerecht werden oder im Studium euren Studienleitern, Professoren oder Kommilitonen. Ihr solltet schon mit Menschen umgehen können. Ja, zumindest jetzt auch, wenn ihr langfristig, also da geht es jetzt nicht nur, dass man, man kann wahrscheinlich auch nicht ein Menschenfreund sein und trotzdem das Studium schaffen. Ich glaube sogar, fallen mir ein paar ein. Ne, das geht schon, aber also wir reden ja jetzt auch davon, dass man eine langfristige Perspektive in dem Job für sich hat und dass es einen langfristig erfüllt. Und wie Tatjana schon gesagt hat, ihr habt am Tag, je nachdem, welche Praxiskonzepte ihr habt, habt ihr es mit 20, 30, 40, 50, keine Ahnung, 100 Menschen am Tag zu tun und um denen gerecht zu werden und denen auch wirklich gerecht zu werden, weil ihr ja eben auch eine hohe Verantwortung habt. müsst ihr euch, müsst ihr ein ernsthaftes Interesse irgendwie für Menschen haben und euch irgendwie in die hineinversetzen können, also deren Sorgen, Ängste und die überhaupt als Mensch erst mal ernst nehmen. Und wenn er sagt, eigentlich sitze ich am liebsten in meinem Kämmerchen und was vollkommen okay ist. Homeoffice irgendwo in Thailand oder so, ist vielleicht dann auch schwierig. Genau, genau. Und wie gesagt, auch immer mit dem Hintergrund, wenn ihr, aus meiner Sicht, sollte das, was man dann zu Ende studiert, auch das idealerweise sein, was man sein Leben lang macht. Und deshalb würde ich da vorher schon sehr intensiv drüber nachdenken. Und wenn ihr sagt, okay, ich studiere Zahnmedizin und dann hänge ich mich irgendwie in die Hotline bei der Krankenkasse, könnt ihr es natürlich auch machen. Das ist halt die Frage, ob man das Studium dann auf sich nehmen möchte. Genau. Und jetzt, wenn ihr sagt, okay, oh, ich bin irgendwie so ein introvertierter Typ und mit Menschen ist das irgendwie anstrengend für mich. Ich glaube, das bekommt man schon auch hin. Aber man sollte grundsätzlich darüber sich im Klaren sein, dass man mit vielen Menschen arbeitet. Wenn ihr eine sehr introvertierte Persönlichkeit seid und später als Zahnarzt praktiziert, dann habt ihr vielleicht auch introvertierte Patienten, die das sehr schätzen. Also das funktioniert schon. Man sollte es nur wollen. Und jetzt zum dritten. Dritter Punkt. Organisationstalent. Wobei Organisationstalent ist vielleicht, Talent ist jetzt so ein bisschen überspitzt formuliert, aber ihr solltet schon so ein gewisses Händchen haben dafür, wie man sozusagen sein Zeitmanagement betreibt, wie man sich selbst organisiert, wie man am Ende auch andere organisiert und sozusagen mit denen interagiert. Weil zum einen geht es darum, wie ihr selber euch Zeit später schafft, dass ihr lernt. Und was ihr schnell merken werdet, ist halt, dass ihr gerade in den praktischen Kursen, da gibt es verschiedene Abgabefristen, dann geht es darum, wann ich verschiedene Arbeitsschritte überhaupt mache und was kann ich in der Zwischenzeit, während ich warte. Also es ist schon, man hat relativ viel organisatorischen Aufwand oder muss da sehr gucken, weil es einem auch nicht unbedingt vorgegeben wird, wie man das optimal gestaltet. Und da macht es Sinn, also auch das kann man natürlich lernen. Also es ist auch nicht so, dass, also ich bin jetzt auch nicht in das Studium gegangen und war jetzt irgendwie ein Organisationstalent. Ob ich das heute bin, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall kann ich es schon besser jetzt. Und auch da ist nur, es muss ein Bewusstsein auch wieder, dass man das sehr günstig wäre, wenn man da so gewisse Strukturen hat oder die sich schafft. Ich muss gerade überlegen, ob du ein Organisationstalent bist. Und? Schon. Okay. Also auch später im Berufsleben müsst ihr euch halt organisieren. Ihr habt eure Behandlung, ihr habt ganz konkrete Zeiten, die ihr euch einplant. Ihr müsst wissen, wie viel Zeit brauche ich für welche Behandlung, wie viel Zeit brauche ich für die Dokumentation und wie viel nehme ich mir dann nochmal für, was weiß ich, extra Sachen, die anfallen, Abrechnung und so weiter und so fort. Also Zeitmanagement ist wichtig, aber ich glaube, Zeitmanagement ist von den Sachen, die wir genannt haben, das, was man schon am ehesten erlernen kann. Wenn ihr das schon habt, super, seid ihr top vorbereitet fürs Studium und bestens geeignet. Ja, dann kommen wir auch schon zum vierten Punkt. Ja. Und das ist das Mindestmaß an handwerklichem Geschick. Da haben wir jetzt gerade selber nochmal diskutiert, was ist denn das Mindestmaß an handwerklichem Geschick? Also, ich will das Beispiel nicht mehr aufbringen. Ich habe gesagt, Messer und Gabel essen, aber das ist es natürlich nicht. Ihr solltet irgendwie mit euren Händen umgehen können, wenn ihr sowieso gern bastelt. Oder was ist dir noch eingefallen? Ja, mir ist jetzt, ich, das ist natürlich eine sehr veraltete männliche Mindset, was ich da habe. Aber ich habe jetzt bei Männern vor allem daran gedacht, dass man irgendwie mal wenigstens vielleicht mal ein Loch gebohrt hat und mal ein Bild aufgehangen hat. Also einfach so basic Sachen an handwerklichem Grund, wie soll ich sagen, Tätigkeiten wäre schon ganz cool, wenn man die gemacht hat. Modellbau. Ja, das ist ja schon sehr... Modellbau ist schon Next Level. Das ist schon Next Level. Also der Hufazahnarzt, Origami. Ja, oder solche Geschicklichkeitsspiele. Jeder kennt wahrscheinlich diese Bretter, wo so ein Ball drin ist und den man dann so ausbaut. Also nicht, dass man das alles meistern muss. Also was man schon gemerkt hat im Studium, also man muss da nicht der größte Modellbauer sein oder so. Weil auch das kann man lernen, aber halt nur zu einem gewissen Punkt. Also wenn ihr wirklich, sage ich jetzt mal, wenn ihr schon eine Krise kriegt, wenn ihr wisst, dann müsst ihr mal ein Loch in eine Wand bohren oder einen Nagel in die Wand schlagen. Aber ist das handwerkliches Geschick? Einen Nagel? Kriegt nicht jeder einen Nagel in die Wand? Es sollen auch Leute geben, die sich da auf den Daumen schlagen. Also wenn ihr euch auf den Daumen schlagt, dann überdenkt das ganze Thema Zahnmedizin nochmal. Nein, also ihr sollt auch einfach Lust haben, mit euren Händen zu arbeiten. Also wenn ihr jetzt sagt, okay, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie alles an handwerklichem Geschick mitbringe, habt ihr Bock darauf, handwerklich zu arbeiten? Und unser Job ist halt zum großen Teil einfach ein handwerkliches Geschick. Man kann alles ausbauen. Seine Fähigkeiten sind mit dem Studium definitiv noch nicht abgeschlossen. Und man lernt ja auch immer dazu. Aber wenn ihr gar keinen Bock habt und sagt irgendwie, ich tippe lieber in die Tasten, dann rechne ich das Richtige für euch. Ja, also um es mal so zusammenzufassen, wenn ihr jetzt vollkommen grobmotorisch seid, wäre es wahrscheinlich schwierig für euch. Also ihr seht schon, wir haben ein bisschen Schwierigkeiten, da ein passendes Beispiel irgendwie zu finden, weil es auch sehr schwierig ist. Also wenn sich jetzt irgendjemand von euch auf den Schlips getreten fühlt, der super Zahnarzt ist und aber keine Nägel in die Wand schlagen kann, dann ist das nicht böse gemeint. Aber es ist halt einfach schwer, da ein Beispiel zu finden. Ich glaube, wenn ihr sagt irgendwie, ich habe zwei linke Hände, dann müsst ihr es wahrscheinlich sagen. Ich wollte gerade sagen, die meisten Leute, die zwei linke Hände haben, werden das wissen. Und dann ist halt die Frage, klar kann man sich vielleicht mit viel Glück irgendwie durchs Studium schlagen. Aber so für, wenn man jetzt mal so 80, 90 Prozent der Absolventen nimmt, die wollen ja auch dann später in dem Beruf arbeiten, also tagtäglich handwerklich arbeiten. Klar gibt es immer 10 Prozent, die dann irgendwie bei der KZV arbeiten oder irgendwelche anderen. Die Kassenzahlenärztliche Vereinigung. Genau. Oder irgendwelche anderen Institutionen oder Firmen, wo man nicht mehr wirklich am Patienten arbeitet. Okay, ja, aber das Gros derjenigen, die studieren, wollen ja auch handwerklich arbeiten. Und ihr müsst auch erst mal durchs Studium kommen. Ja, genau. Durchs Studium muss man erst bekommen, aber selbst wenn man dann durchs Studium gekommen ist, du willst ja tagtäglich Spaß haben an deiner Arbeit. Und wenn du da keinen Spaß hast an diesem kleinen Feinmotorischen, dann ist aus unserer Sicht vielleicht das Studium jetzt nicht die allererste Wahl. Wenn ihr euch unsicher seid, ein kleiner Tipp. Fragt mal beim Zahntechnik-Labor um die Ecke an, ob ihr da mal irgendwie über die Schulter schauen dürft oder mal so ein bisschen mithelfen dürft. Wie manchmal auch Aushilfen an, dass ihr mal sagt, irgendwie als Sommerjob, wenn ihr jetzt irgendwie in der 10. oder 11. Klasse seid, ihr interessiert euch schon für Zahnmedizin, dann ist das eine super Voraussetzung. Da könnt ihr dann kleine Aushilfstätigkeiten machen. Ihr gießt häufig Modelle aus, bekommt schon mal eine gute Vorstellung von der Zahntechnik und Zahnmedizin und könnt auch gucken, ob ihr vielleicht handwerklich da in die richtige Richtung geht. Jetzt kommen wir zum letzten Tipp. Der letzte und professionellste Tipp ist, ihr solltet einfach Bock darauf haben. Und vielleicht auch die richtigen Motive. Also wenn ihr jetzt sagt, von all den Dingen, die wir genannt haben, Stress, Belastbarkeit und vom handwerklichen Geschick her und von der Empathie, weiß ich nicht so richtig. Aber wenn ihr sagt, ich habe so richtig Bock auf die Zahnmedizin, dann kriegt ihr das definitiv alles hin. Ich glaube, der falsche Ansatz, Zahnmedizin zu studieren, ist zu denken, danach werde ich irgendwie reich. Da gibt es ja immer noch den einen oder anderen, der denkt, ich studiere mal Zahnmedizin und dann fülle ich mir die Gelddruckmaschine auf. Wenn das euer Motiv ist, Zahnmedizin zu studieren, dann wird sowohl das Studium für euch schwierig, als auch der spätere Beruf. Und man muss einfach sagen, heutzutage bei diesen gerade diesen ganzen digitalen Businesses, die es da irgendwie gibt, könnte man, also das muss man wirklich sagen, das ist natürlich immer blöd, wenn wir selber das sagen, weil dann wird es bestimmt den einen oder anderen geben, die sagen, ja, verdienen doch alle. Aber da gibt es ja immer so, man vergleicht es ja so mit anderen Berufsgruppen und so. Und da gibt es, wenn ihr heutzutage wirklich viel Geld verdienen wollt, dann, also das wäre die falsche Motivation für Zahnmedizin. Das heißt nicht, dass alle Zahnmediziner armen Schlucker sind, das ist nicht der Punkt. Nur, dass es generell als Motiv finde ich schwierig, nur Geld, weil, wie gesagt, wir sehen es immer so, so eine Berufsentscheidung sollte ja was langfristiges sein. Und für mich, das ist zwar sehr ausgelutscht, aber so dieses Beruf kommt auch von Berufung. Ich finde, man muss das lieben, was man macht, man muss dafür brennen und da ist, Geld ist irgendwann auch, es ist endlich, also die Motivation ist endlich, sondern man muss einen tieferen Grund haben, warum du das machen willst. Und wenn das nur Geld ist, dann finde ich es persönlich schwierig. Aber es ist auch einfach faktisch, wie du schon sagst, nicht mehr so, dass, da verdient sich jetzt niemand irgendwie eine goldene Nase. Wir sind nicht mehr in den 90ern, wo irgendwie alles da von der Krankenkasse bezahlt wurde. Und irgendwie das Problem, was die Kollegen hatten, geführt war, ob man jetzt nicht da den dritten Porsche da in die Garage stellt. Das ist einfach nicht mehr so. Und das ist auch vollkommen okay, dass es nicht so ist. Aber wenn wir sagen, ihr braucht da echt ein tieferes Motiv als sowas, das ist das eine. Und auch für später, dass man, also weil die Patienten, denke ich, wie in jedem anderen Job auch sehr losgelöst von der Zahnmedizin, ich glaube, wenn man richtig gut in der Sache sein will, dann muss man irgendwie auch dafür brennen. Und so, egal ob das, vielleicht ist es auch Mediendesign, vielleicht ist es YouTube-Kamera, Mann. Vielleicht ist es was auch immer, ist ja egal, das ist ja super individuell. Aber ich glaube, niemand wird gut, wenn er das aus den falschen Beweggründen macht. Und deshalb, und auch das Studium, wenn ihr, wie gesagt, das wird ein bisschen was von euch abfordert, ohne da jetzt, wie gesagt, euch Angst zu machen, aber es wird was abfordern von euch. Und das muss es euch am Ende auch wert sein. Und ich jetzt für mich kann sagen, also ist mir jedes Semester, jeder Tag ist mir das wert, weil ich den Beruf liebe und das Spaß macht. Und wir auch, also bei uns, wer der wahrscheinlich mitbekommen haben, allein schon durch den YouTube-Kanal, wir verbringen auch außerhalb der normalen Behandlungszeit viel Zeit mit Zahnmedizin. Und das fühlt sich aber nicht an, als ob wir arbeiten, auch wenn es natürlich stressig ist, sondern es macht einem einfach Spaß. Und wir bestellen uns in der Freizeit irgendwelche Bücher, lesen irgendwelche Sachen zahnmedizinbezogen und bilden uns da fort, einfach weil es halt Spaß macht. Und ich finde, das ist auch was, das kannst du, wie wirst du das lernen? Also entweder hast du halt Bock drauf und fühlst es super oder du hast es halt nicht. Und da muss man aber, sorry, ganz gleich, sorry, mein Monologen ist gleich beendet. Aber ich finde, das ist halt so was, da muss man auch, das geht vor allen Dingen, denke ich, wahrscheinlich viel auch an diejenigen von euch, wo die Motivation für das Studium vielleicht eher extrinsischer Natur ist, sprich von euren Eltern. Da muss man sich wirklich gerade machen und mal für sich selber sich vielleicht zurücknehmen, mal Zeit nehmen und sagen, ist es das, was ich will? Oder mache ich das vielleicht eher nur, weil jemand anders mir sagt, dass das ja ein total toller Job ist und der ist so super toll anerkannt und bla bla bla. Weil das merkt man auch im Studium, ehrlicherweise, oder? Also ich fand, man hat total gemerkt, welche jetzt dann Kollegen das wirklich gemacht haben, weil die da richtig Lust drauf hatten oder welche gesagt haben, naja, kannst du ja jetzt nichts mit falsch machen. Also ich meine, auch das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Unsere Empfehlung wäre, mach nur das, worauf ihr Bock habt. Das Wort zum Sonntag, dem ist nichts mehr zuzufügen. Ich habe ein paar Mal Luft geholt, um was zu sagen, aber du hast alles erzählt. Also ihr solltet einfach Bock auf die Zahnmedizin haben, an allen anderen Sachen kann man arbeiten, so ein paar Grundeigenschaften solltet ihr mitbringen. Vor allen Dingen, ich glaube, das ist wirklich die wichtigste Eigenschaft aus meiner Sicht, ihr solltet Bock haben, mit Menschen zu arbeiten. Wenn ihr darauf keinen Bock habt, dann schlusset euch was anderes. Und dann natürlich wie immer nochmal unser, ich bin immer Neudeutsch, das ist mein neues Frühwort, Neudeutsch, Call to Action, na? Wenn ihr, wenn ihr, weil das ist natürlich ein spannendes Thema. Wir haben uns jetzt ja ein bisschen gerade gemacht und so ein bisschen von unseren Motiven und warum wir das studiert haben. Auch in dem vorherigen Video wahrscheinlich, was ihr dazu in dieser Reihe gesehen habt. Und natürlich ist es total spannend, also ich würde natürlich sehr gerne wissen, wie das bei euch war. Was waren eure Beweggründe, warum oder welche Eigenschaften, die wir jetzt vielleicht nicht genannt haben, würdet ihr noch ergänzen? Oder gibt es eine Eigenschaft von den Fünfen, wo ihr sagt, oh, was? Habe ich gar nicht, brauche ich gar nicht. So ein Quatsch, muss doch keiner sein. Oder ich habe zwei linke Hände und bin trotzdem mega Zahnarzt. Das sind so ein Beispiel. Bei der KZV. Bei der KZV, genau. Sachbearbeiter bei der KZV. Schreibt das gerne in die Kommentare. Und mir ist noch gerade eine super Idee gekommen zum Thema der finanziellen Aspekte. Das können wir auch mal ein Video drüber machen, ob wir aus unserer Sicht denken, dass sich das lohnt. Oder was wir uns vielleicht vorgestellt haben und ob das da auch so bei rumkommt. Ja, also Cliffhanger dann. Und andere Videoideen. Wir sind immer sehr offen, wenn ihr irgendwas gern wissen wollt zum Thema Studium, Assistenzzeit, Beruf, keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.